Der Train ist ein Wreck, Junge. Aber ich bin noch immer wieder. Nicht für lange, Vig. Nicht für lange, Vig. Der Train ist ein Wreck, Junge. Aber ich bin noch immer wieder. Nicht für lange, Vig. Oh, diese anderen Typen, die nerven mir auch sowas von. So viel Munition liegt hier gar nicht rum. Ich bin ja schon wieder gleich tot. Wo kommen die denn her? Lass mich da rein. Jetzt geh endlich tot. Jawoll. Ich habe ihn. Ja. Nein, kein Absturz. Ja, ein bisschen spät. Ich könnte, wenn du deine Hilfe benutzt hast, etwa zehn Minuten vor. Ist es endlich vorbei, Tayon? Ja. Ja. Es ist vorbei. Let's go. Ja. 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 den obligatorischen Daumen hoch geben direkt unter dem Video und meinen Kanal abonnieren Ihr könnt es natürlich auch sein lassen Ich werde mich dann jetzt verabschieden Euch lasse ich die Quillets noch laufen und wir sehen uns dann bei meinem Mesen-Projekt Bis dahin, Tschüss Bis dahin Bis dahin Bis dahin Bis dahin Bis dahin Bis dann Bis dahin Bis dahin Bis dahin Es ist alles vorbei für dich. Was? Du musst dich schlafen. Das ist es? Es ist alles für dich, Nino. Wirklich? Du bist sicher? Das ist der Ende, amigo! Okay. Okay.